hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge blade and soul mit mir und dem brach mit dem brachlone mit dem mariandos ich mache einfach weiter ist mir egal ja mach halt passiert diesmal auf deutsch alles wie ihr seht ihr seht es hier wir waren voll verplant alles auf deutsch ja wir können lesen wir können alles auf deutsch lesen für diejenigen die es nicht wissen geht einfach in den launcher also in dieser spiel startet passwort eingeben dann dann oben rechts war das auf einstellungen klicken oder auf settings englisch ist keine ahnung willkommen auf deutsch stellen genau richtig hätten die netterweise eigentlich direkt machen können das auf deutsch stellen aber die dachten sich nö wir können ja alle englisch und dann passt schon mal ich wollte gerade sagen waren wir hier nicht schon wir sind doch schon beim letzten mal hier durch wir waren doch da rechts in der höhle drin oder ja wahrscheinlich weil das hier ein dungeon ist gehe ich mal davon aus müssen wir das noch mal machen ach das ist ein dungeon ich dachte das wäre einfach eine neue karte ach du bist du bist dir tut der arm weh was hast du denn gemacht nichts ich merke ich merks nur jetzt gerade keine ahnung zu viel papier keine ahnung naja gut passiert ne kenne ich deine ultima waffe hier ne voll der killer alles deutsch nah am ziel direkt tot war dann müssen wir müssen und da meine waffe ist hat er nur 20 angeschlüssel 67 das ist schon witzig warte mal das sagt irgendwas mit wer hat den schlüssel ich kann das nicht hier langsam hat den schlüssel was wo auch da rein ich kann mir essen machen ich muss ich muss die voraussetzung da wo ja hier da ist doch gar nichts okay gut deutsch deutsch jetzt so gern auf japanisch ja stimmt japanisch war halt auch cool mit deutschem untertitel wäre ja in ordnung die jungs sind doch etwas gut wow der kann bauch reden ich glaube das hat er sich gedacht okay glaube ich jetzt einfach mal so wie der frisst wie ein schwein und diese geräusche was auch so der schläft bloß ich hätten gleich vergiftet ich will ach sie ja macht der komische geräusche was ist mit dem los ich habe keine ahnung komischer mensch lässt du das jetzt oder drückst du durch halbhalb ich glaube ich lass nur die zwischen sequenzen und das was sie da labern ist mir ja weil der ist mir und irgendwie unsympathisch kann ich den töten ich meine guck mal wie der heißt boom bug das was ist sehr unkreativ muss man muss man schon zugeben oder ist schon ist schon wahnsinnig unkreativ guck mal guck mal ich guck mal guck mal wir müssen bestimmt gleich gegen den kämpfen ich wäre jetzt hingegangen hätte jetzt mit meiner klinge hätten einfach den kopf abgeschnitten und fertig also ich bin der sehr ich weiß nicht so nett ich bin ich wäre sehr radikal ich wäre sehr radikal ich kann dir nicht rausholen ach muss er nur nach der reihe gehen oder was ja wir müssen den jetzt folgen ach du hast das ja schon alles hier einmal nicht gemacht nur auf englisch wer ist der jungen wangen ok ich empfehle macht denn das licht aus dass das licht an nicht weil meine kamera dementsprechend eingestellt ist jetzt habe ich daneben da hinten in schatten dann hatte ich eben nicht ja mein frau hat das licht an er ausgemacht ach so ja was ist das sehr als er mit der axt ausgeholt habe einfach mal das bein gestellt das heißt guck guck wenn er jetzt kommt pass auf drei zwei eins ich finde den move so geil einfach mal einfach mal eingestellt kommen die warte der hat noch einen zum aufmachen aber da kommt jetzt noch einer von vorne er kommt ja hab das wunderbar seid ihr zu weit kann das sein dass wir viel größer sind als er größer ja ich bin ich bin genauso groß wie der ehrlich ja ich kann auch sein weil einfach so geknickt läuft auch mann ich komme nie zu meinen konter zu machen ich brauche weiter was was ist los warum sagt er ich brauche weitere berechtigungen was ist mit dem los warum darf ich das nicht machen ich weiß ich schneller war als du denk ich jetzt einfach mal ok das muss man ja jetzt geht es ok wir waren noch mal dieser tab war das ab was dann ich probiere mal was ja gut ich komme dann haben wir irgendwas mit xp zum xp dass man schneller ne kriege haben meine drin ok ach jetzt ist die umfrage auch auf deutsch sehr schön dann habe ich hier noch wir haben alle teile jetzt müssen wir sie nur noch verbinden gehen wir ja ich warte ja auf dich es ist so wunderschön ich komme ich mache den gleich ja wo ist denn der der ist da rein bin gerade am überlegen soll ich mich um die gegner einfach kümmern wir müssen wahrscheinlich eh gegen alle kämpfen ach ne wir müssen das dann einsammeln ach so aber ja du kannst dich auch platt machen ok ich mach dir mal platt oh da bist du ja schon da guck ich zeig dir mal was ich kann guck auf den gegner wo ist der gegner stehe dich mal dahin wo ich bin ja ich stehe ja mach dich bereit jetzt warte oh das ist schon geil das ist wirklich cool hallo bleibst du mal stehen was ist mit dir oh ich habe da einen neuen skill ups jetzt habe ich es kaputt gemacht es tut mir so leid nimmst du es ja ja was ist hier hier ist gar nichts ok das ding explodiert geh weg hm das sagst du machen hoch den auslöser betätigen ja oh das ist aber lieb wunderschön ich wollte gerade sagen es ist wund der eine typ steht einfach noch weiter da der guck mal der brutzelt sich ein wuchsam ach guck mal das ist wuchsam darf ich darf ich darf ich ja fang an hast du das gesehen voll in die Eier ja huch du bist schon tot ne ähm ok was jetzt ja Gegner noch mehr ja böser klatsche komm 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 hä achso wo bist du hier hier ah wo denn bei mir ist es besser wenn ich zu hinten angreife dann machen wir damage ah ach wie cool war das denn ok hä ah ich hab nen move wo ich zu dem Gegner halt hin sliden kann zack und dem eine geben kann nicht nur zum springen sondern auch zum alles gut das ist cool das gefällt mir ach wir sind fertig ne da kommen noch mehr ne wir sind fertig und was ist mit denen wir müssen dann wieder zurück in die stadt darf ich die nicht klatschen ach doch zack ok mir gefallen die moves ach ich liebe diesen mensch ich muss sagen der ist wo bist du ah da ok ok teleportier mich mal weg ja sind wir hier komplett fertig die kämpfen jetzt einfach weiter fertig ach die kommen immer wieder ok na gut das ist dann dann porte ich mich auch mal in die stadt so joma 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 oma schön wie das wie viele minuten haben wir die folge mal 15 oder 20 ich glaube 15 minuten wir können es aber auch 20 machen wenn du möchtest auf die 5 minuten kommt es mir jetzt auch nicht drauf an abwarten ich würde sagen das kommt immer so wie wir die quests machen ja wenn wir machen dann die questen immer noch fertig ich habe heute gestreamt diablo und man hat mich heute psychisch zerstört warum ein freund doch den kennst du auch der war mit uns essen der hatte brille auf netter philipp der andere ah ok mhm der ist einfach so gejoint ich dachte das geht gar nicht aber anscheinend geht es doch man kann einfach joinen der hat mich dann mitgezogen einfach ein bisschen weil da ist schon ein bisschen weiter als ich und ich habe dann so viel zeugs bekommen und der hat mir so viel erklärt sachen ey guck mal das kannst du machen die ausrüstung wäre ganz gut und ich hatte so kopfschmerzen ich dachte mir was willst du ich war es gibt ja nephal importaleisen die je höher die stufe desto besser ich war bei stufe 14 auf einmal waren wir bei stufe 62 und die gegner waren entsprechend auch stark die haben mich mit die haben die haben one punch man mit mir gemacht ok es ist ein wiederholbares quest ich weiß nicht ob wir das machen sollen außer es gibt irgendwas geiles ich bin gerade am gucken wir müssen den poster platt machen wir müssen den poster platt machen stein der tapferkeit und ne trufe willst du das machen? ja komm wir machen einmal ja ok denn da unten ach der der da unten ja komm den machen wir doch platt ach der ist ja schon da da unten lauf doch um aber ich bin zu weit oben ja komm denn der ist doch schnell platt ja jo dat war easy hast du ne truhe bekommen? ne warte mal ich hab ne ich hab die truhe nicht bekommen ich glaub du hast die truhe bekommen dann was sollen wir dann nochmal machen für die truhe was du nochmal kriegst die truhe ja guck mal die kannst du direkt abschließen die quest ja hab ich gesehen hab ich jetzt direkt gemacht huch was eigentlich das hier? gegen ein ausrüstungsstück oder kleidung eintauschen bei der tapferkeit der viridian-küste mhm keine ahnung ach das wird so ne interne extra währung sein es gibt ja wahrscheinlich gab's doch bei terra auch diese diese tapferkeitssteine wo man dann sammeln konnte ich quest nochmal annehmen oder? geht das? das geht glaube ich nicht achso ne das geht nicht dann machen wir nochmal um die kiste zu bekommen ja aber ich öffne mal die kiste oh ich hab äh heiltrank hab ich bekommen aber ist nicht schlecht ich hab ach guck mal der kommt ja der kommt ja recht schnell wieder ne jo hast du jetzt was? ähm mhm weil ich hab ja auch wieder eine kiste ich hab keine kiste bekommen dann dann gib mir mal den den ähm ähm die meisterding da das kann ich dir ja nicht geben warum? achso ne ich mein mich zum drop meister machen achso achso aber ich krieg von den Essenzen krieg ich viele ich hab jetzt 8 von den Essenzen bekommen insgesamt ja gut das meine ich ja die hab ich ja auch gekriegt achso ach ist das sind das die Truhen ja 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 ah achso ach ich dachte in den Truhen wär noch irgendwas anderes besonderes dran achso ja dann dann passt das ja 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 dann passt das okay weil dann geh ich nämlich oben nochmal ein bisschen äh drehen drehen was ist eigentlich da vorne ist doch das da vorne ist doch das gleiche oder? das ist dasselbe da steht aber keiner ja dann geh dahin doch repariere ich mir hier voll die Waffe ich will doch gar nicht keine Waffe reparieren klick 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 ha ha alter ok dieser Rückwärtsschritt ist blöd wenn man da nicht äh drauf gefasst ist klick 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 gucken wir mal was macht aber ich krieg immer wieder diese 3er äh diese komische grüne Box die ist voll scheiße ha ha oh wie oft kann ich noch drehen noch einmal ok ok ich kann noch ein bisschen ah noch einmal ok mit kleidung ah ja ich habe jetzt dreimal diese komische truhe ich habe kleidung bekommen nicht schlecht oh guck dir das mal an ich sehe dich nicht du bist weg oh die sieht oh die sieht saugut aus ach das ist die ich habe noch eine ich habe zwei stück bekommen alter deine hände was ist mit deinen händen passiert warum sind die hä die sind noch handschuhe oder das ist das ist das ist weil du aussiehst wie eine leiche warte ich muss mich nach vorne angucken ah ich kann ich kann meine äh waffe vielleicht jetzt auf stufen 9 machen endlich also wenn mit stufe 15 können wir ja tauschen dann gebe ich dir die außer du kriegst die auch ja ist die handelbar ja maximum ok steht nichts da steht nichts da was ist das was brauche ich dafür was habe ich gekriegt für weitere pest tulpen material für weiterentwicklung pest tulpen material das hätte ich vielleicht nicht machen sollen was dann ich habe die truhen alle aufgemacht jetzt aber meine waffe ist ja schon auf maximum ok jetzt habe ich mein inventar voll gemischt ok das ist das ist übel ja dann lass ich dir auch zu die dreierstatt pirscher bagur ja das ist ja schon das ist ja dieses dieses komische dreiecke zeug das braucht man ja eigentlich gar nicht genau ich bin jetzt gerade am gucken beschwörer gewaltbändiger äh gewaltenbändiger ja gut dann sortiere ich mal mein inventar und lass die dinger mal zu und ich würde sagen äh machen wir jetzt noch weiter folgende ende ne moment ich mache ah ne habe ich nicht ok passt ja dann folgende ende hier ich habe eine cool neue ausrüstung und ich bin eifersüchtig die bringen ja nichts das ist nur Deko ich finde es aber geil sieht cool aus wenn du mal tauschen kannst dann kriegst du auch ein ich habe jetzt 2 ok also wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder haut rein tschüss 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 tschüss